hallo herzlich willkommen in meinem kanal wir werden jetzt heute neo behandeln also wenn ich das hier so schaue ist absolut geil also kann man es gar nicht betrachten also wenn man das jetzt schaut das ist echt da kriegt man schon feuchte augen also hier 18 tiefkurs schon mal so mal rein sommer hier der war sogar drei dollar krass 360 350 360 er war bei 360 ja und ist hochgeknallt hochgeknallt auf 200 ja lasst euch das mal auf das zu nutzen gehen von 3 auf 200 was ist das das ist um 60 fach ist es hoch gestiegen das ist so macht man geld also wenn man hier eingestiegen ist bei 3 dollar 2018 der hat hier die möglichkeit gehabt um bei 200 zu verkaufen ja leider ist der kurs dann hier abgestürzt wir haben dann gesehen dass der kurs hier sich nach unten entwickelt hat und seine tiefs wir sehen hier ungefähr eine stabilisierung gefunden hat das heißt der kurs ist hat sich wieder zum ursprung knall wieder zurück entwickelt und wir sehen jetzt hier eine seitwärtsbewegung ja das heißt die seitwärtsbewegung ist hier und man sieht der kurs ist in einer stabilisierungsphase das heißt die tiefs werden quasi nochmal getestet man kann jetzt sagen der kurs war hat sich hier 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 so ein boden also für mich ist es ein dreifach boden entwickelt das ist relativ bullisch ja mal hier einmal hier getestet einmal hier so dass sie mal weg lässt einmal hier einmal hier und einmal hier dreimal und das ist das vierte mal ja das heißt das wird wahrscheinlich das vierte mal sein dass hier jetzt zu einem test kommen wird das heißt bei 17 wird es wahrscheinlich höchstwahrscheinlich einen weiteren test geben und ja von 12 auf 17 haben wir noch ein bisschen was ja dass der kurs dann eventuell wenn es halt hier steigt heiß gelaufen ist also wir haben jetzt 4 auf 17 das ist auch eine für dreifachung ne pardon für vierfachung und nach einer vier vierfachung denke ich dass der kurs sich wieder stabilisieren und empfangen wird dass wir dann eventuell so eine formation sehen werden ja und wie ihr seht haben wir hier eine schulter-kopf-schulter-formation die ist relativ bullisch ja das ist jetzt das gutfall szenario wir könnten natürlich auch negativ fall haben dass der kurs hier eventuell nach unten absagt ja das kann natürlich auch möglich sein wo es halt richtung 96 cent geht jetzt denke ich dass es also nach meiner sicht ist das nicht gegeben dass es nach unten geht ja aber wir hoffen mal dass der kurs nach oben sich entwickelt ja szenario 1 also negativ fall war hier das hier gut fall wäre dann das hier dass die quasi die diese spitzen also wenn der kurs nach oben prallt haben wir eine gute möglichkeit auf diesen widerständen die für uns hier die widerstände waren unterstützungen aufzubauen das heißt die widerstände werden dann zur unterstützungslinie werden das heißt wir haben dann hier die möglichkeit einen boden zu bilden ja der boden wurde hier gebildet aber wir haben die möglichkeit durch die seitwärtsbewegung wenn sowas natürlich auftritt die möglichkeit dass das hier quasi eine gute möglichkeit hier auf dem aufzusetzen natürlich kann es sein dass es wieder hier nach unten abbricht ja bei dem bin ich so ein bisschen wie sagt man ein zweier geteilt also wenn es kann sein dass wir hier runter abbrechen es kann aber auch sein die wahrscheinlichkeit dass wir hier ich habe vorher gesagt wir haben dreifach boden gesehen ich würde das jetzt mal korrigieren einfach zweifach dreifach das heißt wir haben dann jetzt hier einen dreifach boden eins zwei drei das wäre auch natürlich möglich ja allerdings wenn der boden hier hält denke ich dass es weiter bullisch nach oben sein wird das heißt wir haben die möglichkeit gut fall hier nach oben zu gehen oder wir haben die möglichkeit wenn es hier nicht wenn wir hier diesen widerstand nicht halten können oder diese unterstützung nicht halten können dass das hier runter sagt auf 4 dollar ja nehmen wir dann okay wir haben diese widerstände durchbrochen dann haben wir noch weitere widerstände hier oben dass wir hier eine seitwärtsbewegung machen dass man hier quasi der der kurs dann hier sich dann stabilisiert und wir dann die möglichkeit haben weitere röhrkurse zu sehen wenn wir schauen die aktie ist ja von hier haben wir noch einen widerstand und die aktie ist ja von 200 gekommen das heißt wir haben dann richtig gute chancen hier in diesem bereich zu steigen ja denkt die aktie also die kürte währung ist ja von ungefähr 100 oder 200 gekommen also sind für mich eigentlich diese preise hier eigentlich sport billig ja also der momentaner kurs 12 dollar das ist geschenkt ja bei langfristig in kürte währung quasi investiert ist dem macht das hier nichts unten aus ja ob das jetzt unter auf 3 dollar steht oder auf 12 dollar die gewinne dahinter sind sehr sehr groß weil wenn man so schaut wir haben jetzt die möglichkeit wenn diese kurs werden diese widerstände natürlich genommen werden und hier sich nochmal so also der widerstand ergibt das sind quasi so eine seitwärtsbewegung hier erfolgt dann haben wir natürlich gute karten dass das nach oben ausbricht das heißt als end szenario will ich sagen die 200 sind drin ja aber ich erwarte dass das nicht bei 200 liegt sondern viel viel mehr das heißt wir werden nicht bei 200 wo es war sein sondern wir werden viel viel höher kurse sehen das heißt meine erwartung ist eigentlich Richtung 400 also aber es ist noch zukunftsmöglich ja das ist das ist möglich kann sein aber ist nicht programmiert ja da ist doch sehr viel viel arbeit drin dass man quasi hier diesen weg nehmen wird könnte sollte aber wie schon gesagt ist meine persönliche meinung ich bin sehr positiv gestimmt von Neo und von den anderen Kryptowährungen es geht in die richtige richtung aber es kann nur genommen werden wenn halt diese tiefs wenn wir hier gleich eventuell dreifach boden haben und der kurs dann anzieht Richtung 400 aber wie schon gesagt das ist nur zukunftsmusik das muss natürlich auch von den bevölkerungen akzeptiert werden es kann sein dass wir dass dieser weg genommen wird es kann auch ein negativ fall sein dass man sagt dass die aktie das nicht überlebt oder hat die Kryptowährung es ist auf jeden fall spannend seid dabei ich werde weiter auf meinem kanal berichten und wenn ihr Fragen habt ihr könnt gerne den kanal abonnieren könnt gerne kommentare hinterlassen ich bin euch dankbar wenn ihr auch feedback geben könntet vielen vielen dank fürs zuschauen bis demnächst